Elon Musk mit Waschbecken in der Hand. Es ist jetzt schon eine Weile her, dass er so in die Firmenzentrale von Twitter gelaufen ist. Und seitdem herrscht regelrecht Chaos bei Twitter. Das muss man sagen. Die Hälfte der Belegschaft ist mittlerweile schon vor die Tür gesetzt worden, von jetzt auf gleich gekündigt, gefeuert. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die Netzwerke von Twitter. Erstmal wird Twitter nicht weiterentwickelt, dann wird es aber auch nicht mehr so gut gepflegt wie vorher. Man kann jetzt schon nachweisen, dass Hass, Hetze, Beleidigungen um den Faktor 5 zugenommen haben, seitdem Elon Musk das Zepter in der Hand hält bei Twitter. So, wir wollen aber keine Folge machen über Twitter, sondern die Frage beantworten, gibt es denn eine Alternative zu Twitter? Eine Alternative wäre natürlich nicht mehr zu Twitter zu gehen, aber ich weiß, noch schöner wäre es natürlich eine echte Alternative zu haben. Und davon habt ihr auch sicher gehört, eine trägt den Namen Mastodon. Ist Mastodon wirklich eine ernsthafte Alternative? Ja, es sieht ähnlich aus, aber es ist trotzdem fundamental anders konzipiert und aufgestellt als Twitter. Und mit einer Menge Vor- und Nachteilen. Und ob Mastodon auch das Richtige ist für euch, das finden wir jetzt mal raus in dieser neuen Ausgabe vom Netzkenner. Und jetzt geht's los. Ja, Twitter hat ein kleines blaues Vögelchen im Logo. Das, was es auf Twitter zu lesen gibt, sind Tweets. Man könnte auch Gezwitscher sagen. Die Alternative Mastodon hingegen, die hat ein elefantenähnliches Tier als Logo. Ein Mastodon, ein Mammut mit Rüssel. Längst ausgestorben und hier heißt das, was die Leute posten, Toots, auf Deutsch Trötz. Optisch und in puncto Bedienung sieht Mastodon Twitter wirklich ziemlich ähnlich. Layout, Konzept, Bedienung, da gibt es zweifellos viele Parallelen. Wer sich in Twitter zurechtfindet, der wird sich auch in Mastodon gut zurechtfinden. Ist meine erste Einschätzung. Und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe vom Netzkenner. Und wie ihr schon gesehen habt, heute beschäftigen wir uns hier mit Mastodon. Wenn euch diese Ausgabe gefällt, das gleich mal vorweg gesagt, dann lasst mir gerne ein Like da. Oder natürlich erst recht ein Abo und kommentieren. Und jederzeit während der Folge möglich Fragen stellen, kommentieren. Dann weiß ich, was ihr denkt. Die nächsten Videos können noch ein bisschen besser werden. Und die Algorithmen wissen, hier ist durchaus Interesse an dieser Ausgabe. Und dann bekommen mehr Menschen diese Ausgabe zu sehen. Ihr kennt das ja alles. Danke schon mal fürs Mitmachen. So, Mastodon, ihr habt davon ganz sicher und offensichtlich gehört. Sonst wärt ihr nicht hier. Gilt als Alternative zu Twitter. Und ich habe es ja auch gerade schon gezeigt. Die Oberfläche, die Bedienoberfläche, die ist schon ziemlich ähnlich, muss man sagen. Und man fühlt sich da auch wohl. Das ist optisch gut gemacht. Und ein Umstieg, was die Bedienung jetzt konkret bedeutet von Twitter zum Mastodon, die erscheint erst mal nicht so wirklich eine Herausforderung zu sein. Denn es gibt eine Menge Ähnlichkeiten. Aber es gibt auch fundamentale Unterschiede. Und darüber sollten wir heute unbedingt mal sprechen. Übrigens, wir müssen mal über das Logo sprechen. Twitter hat einen Vogel, ein Vögelchen. Weil Twitter, Tweet, Gezwitscher bedeutet. Also da gibt es einen Zusammenhang. Mastodon hat so elefantenähnliche Figuren als Logo. Die sieht man immer wieder. Und einen Rüssel auch, einen langen. Aber Mastodon steht nicht für Elefant, sondern Mastodon ist ein Mammut, längst ausgestorben. Ein Rüsseltier als Mammut. Ein Mammut als Rüsseltier, wie auch immer. Und das ist die Anlehnung. Mastodon ist ein amerikanisches Urtier, quasi riesengroß, träge, langsam, kräftig, stark. Und das ist das Logo von Mastodon. Das solltet ihr vielleicht auch wissen, wenn ihr euch fragen solltet, warum sehe ich denn hier überall Rüssel und Elefanten? Der Name Mastodon hat also eine Anlehnung an ein amerikanisches Urtier, an ein Mammut, das Mastodon heißt. Und entwickelt wurde das Ganze übrigens von einem Mann, Eugen Rochko, ein Deutscher aus Jena, der das 2016 sich ausgedacht hat, dieses Konzept und auch die Software entwickelt hat und bis heute dabei ist und die Software auch weiterentwickelt und administriert. Also kein amerikanisches Projekt, sondern, wenn man so möchte, ein deutsches Projekt. Auch ganz interessant zu wissen, finde ich. Gucken wir mal auf die Zahlen. Twitter hat mittlerweile so rund 240 Millionen regelmäßige Benutzer. Das ist nicht so viel wie Facebook oder TikTok oder Instagram, aber eine ganze Menge. Mastodon hat im Augenblick so ungefähr 6 Millionen angemeldete User und ungefähr 2 Millionen, die es regelmäßig mindestens zweimal im Monat benutzen. Das ist also noch deutlich, deutlich weniger. Man kann also hier nicht gerade von einem Gleichstand sprechen. Das muss man auch wissen. Denn wir wissen ja alle, wenn wir in ein anderes Netzwerk gehen, in eine andere App gehen, dann eigentlich nur dann, wenn wir sicher sein können, dass wir da auch viele Menschen antreffen, die wir kennen, die wir mögen, die wir schätzen, mit denen wir nun mal interagieren und kommunizieren wollen. Das ist zum Beispiel ja bei WhatsApp so. Es gibt so viele interessante und auch wirklich gute Alternativen zu WhatsApp, aber die meisten bleiben dann doch bei WhatsApp. Warum? Weil da nun mal alle sind, weil das eine Art Quasi-Standard ist, weil man halt bei WhatsApp ist, weil da automatisch die Chats eingerichtet werden, die Gruppenchats für die Klasse, für das Seminar, für den Verein, für den Geburtstag, für alles. Ihr kennt das ja. Und solange das so ist, wenn man dann zu Threema geht oder zu Signal oder zu Telegram, dann hat man da zwar ein paar Freunde und ein paar Bekannte, aber eben längst nicht alle. Das wird Netzwerkeffekt genannt, wenn man wie ein Magnet angezogen wird durch die schiere Masse der anderen und auch da festgehalten wird durch die schiere Masse aller, weil man Angst hat, Sorge hat, etwas zu verpassen, wenn man weggeht. Nun könnte man ja Twitter und Mastodon erstmal auch gleichzeitig benutzen. Das mal gleich vorweg. Also warum nicht mal auf Mastodon einlassen? Und das ist das, was ich euch auch anbieten und raten möchte. Guckt euch doch Mastodon einfach mal an. Und deswegen ist es gut, dass ihr hier seid, denn dann können wir das in aller Ruhe machen. Ja, auch wenn Optik, Layout und Bedienung von Mastodon und Twitter wirklich sehr, sehr ähnlich sind, gibt es trotzdem, habe ich es erwähnt, fundamentale Unterschiede. Twitter ist zentral organisiert, gehört einem Konzern oder jetzt sogar einem einzelnen Menschen, nämlich Elon Musk, ist auch von dort gesteuert und kontrolliert, ist kommerziell. Und Mastodon ist bei allem das Gegenteil. Dezentral organisiert, Open Source, das heißt, den Code, den Programmcode kann sich jeder angucken, installieren, mitmachen, mitentwickeln, wenn man das kann. Das schafft Vertrauen, weil Experten reingucken können, ob es irgendwelche Stolperfallen gibt, ob irgendwas mit den Daten gemacht wird und so weiter. Und es ist nicht kommerziell. Also kein Unternehmen führt Mastodon. Mastodon ist ein dezentrales System von Menschen, von Institutionen, von Vereinen, von Firmen, die bereit sind, bei diesem Mastodon mitzumachen, Ressourcen zur Verfügung zu stellen, also Serverkapazitäten und auch Manpower oder Womanpower natürlich, weil man ja auch das Ganze betreiben muss, pflegen muss und so weiter. Und das kostenlos. Ihr zahlt nichts dafür. Bei Twitter zahlt ja auch nichts an Geld dafür. Es sei denn, ihr wollt einen blauen Haken, dann wird das demnächst 8 Dollar oder 8 Euro im Monat kosten. Aber ihr zahlt kein Geld dafür, aber ihr zahlt mit euren Daten. Bekanntes Projekt, bekanntes Phänomen, bekanntes Konzept. Wir bezahlen mit unserer Aufmerksamkeit und mit unseren Daten. Es wird Werbung präsentiert und diese Werbung ist dann an unseren Bedürfnissen ausgerichtet. Das machen andere soziale Netzwerke sehr viel intensiver als Twitter, gar keine Frage. Aber auch Twitter sammelt Daten ein. Das macht Mastodon Zero, Null. Es wird bei Mastodon also nichts abgefragt. Es werden keine Verhaltensdaten, keine Klickmuster oder sonst irgendwas erfasst, gespeichert, ausgewertet. Es gibt auch keine Anzeigen. Alles schon mal ganz anders, oder? So, dezentral. Was bedeutet das also? Die Daten, die bei Mastodon so anfallen, wenn man sich registriert, wenn man es benutzt und so weiter, die werden nicht zentral auf einem Server gespeichert, sondern dezentral auf verschiedenen Servern. Das muss euch jetzt eigentlich erstmal gar nicht interessieren. Als Nutzerin, Nutzer, da macht man sich normalerweise keinen Kopf um die Technik. Aber hier muss es mal kurz sein, denn das Ganze hat noch eine andere Bedeutung. Wenn ihr euch bei Mastodon anmelden wollt, dann meldet ihr euch nicht bei Mastodon schlichtweg an, sondern bei einer sogenannten Instanz, einer Instanz von Mastodon, also einem Server von Mastodon. Und da gibt es ganz, ganz viele, mittlerweile schon über 5700, hier könnt ihr das sehen, eine lange Liste von Mastodon-Instanzen, also Anmeldestellen, also von Servern, die von Menschen, von Unternehmen, von Firmen, Vereinen, von Redaktionen und so weiter betrieben werden, freiwillig. Und da müsstet ihr euch einen aussuchen. Das ist nicht einfach. Ihr könnt gucken, die ganze Liste ist sortiert nach geografischen Aspekten, aber auch nach thematischen Aspekten. Es gibt nämlich auch Instanzen, die haben einen thematischen Schwerpunkt. Und ob Technologie, Basteln, Politik, LGBTQ, was es alles da an Geschmacksrichtungen sozusagen gibt. Es gibt also da Instanzen, die haben entweder einen Schwerpunkt oder wollen, dass vor allem aus diesem Bereich Menschen bei ihnen sich anmelden. Also da müsstet ihr euch einen aussuchen. Ihr müsst euch einen aussuchen. Irgendeinen müsst ihr verwenden, den ihr dann halt, wo ihr euch dann halt anmeldet. Das ist nicht anders möglich. Und ich möchte jetzt hier gar keinen Ratschlag geben. Guckt euch einen aus, der passend erscheint. Ganz, ganz wichtig. Ihr könnt bei jeder Instanz gucken, also welche Sprache wird verwendet, welches Thema ist möglicherweise vorgegeben. Was sind die Regeln in dieser Instanz? Ja, jede Instanz kann nämlich eigene Regeln haben, die dann auch durchgesetzt werden von dem jeweiligen Betreiber der Instanz. Also es kann gut sein, dass es eine Instanz gibt, wo es etwas mehr Redefreiheit in eine Richtung gibt und in der anderen Instanz dann mal überhaupt nicht. Das sind also in sich geschlossene Blasen durchaus, wo Hausregeln gelten. Das ist komplett anders als bei Twitter. Da gibt es eben alles zentral. Da wird zentral entschieden, was geht und was nicht geht. Da muss man bei Mastodon umdenken. Das kann man gut finden und sagen, ja, wow, klasse, da kann ich mir das aussuchen, was mir gefällt. Und da fühle ich mich dann auch wohl. Das kann man aber auch, und das verstehe ich auch sehr, sehr gut. Das kann man auch blöd finden, weil man sich jetzt wirklich mehr Gedanken machen muss. Zu wem gehe ich denn jetzt? Wo fühle ich mich denn zu Hause? Wo melde ich mich denn an? Man kann zwar auch umziehen später von einem zum anderen Server, aber das ist natürlich auch wieder mit Aufwand verbunden. Also der Anfang, der Einstieg in Mastodon ist nicht ganz so einfach. Man muss es schon ganz klar sagen. Jetzt werden alle sagen, die sich mit Technik auskennen, so ein Blödsinn ist doch gut, dezentral, viel besser. Aber bitte habt auch einen Blick auf die Menschen, die sich mit Technik eigentlich gar nicht beschäftigen wollen und für die das auf jeden Fall eine Herausforderung darstellt und auch eine Erschwernis. Also wählt euch in aller Ruhe eine Instanz aus, die zu euch passt. Dann könnt ihr euch auch in dieser Instanz anmelden und bekommt ihr euch dann die Regeln durchlesen, und bekommt dann die Zugangsdaten zugestellt. Und dann seid ihr Mitglied dieser Mastodon-Instanz und damit auch von Mastodon ganz generell. Herzlichen Glückwunsch dann, wenn ihr das gemacht habt. Dann seid ihr Mastodon-Mitglied und habt dann auch eine Kennung. Ihr habt vielleicht eine ganz andere oder wahrscheinlich eine ganz andere. Die könnt ihr dann verwenden. Und jetzt kommt der gute Teil. Wenn ihr diese Hürde genommen habt und euch angemeldet habt bei einer Instanz, dann könnt ihr mit jeder anderen Person im Mastodon-Fediverse, sagen die Mastododianer sozusagen. Also Fediverse ist das Universum der Zusammenschluss aller Instanzen und Server. Das ist das Fediverse. Ihr könnt mit allen Menschen in diesem Netzwerk Kontakt aufnehmen, Nachrichten austauschen, auch lesen, was sie schreiben. So, weitere Neuerungen. Twitter hat einen Algorithmus und zeigt euch bei den Mitteilungen durchaus auch Dinge an von Menschen, denen ihr nicht folgt. Also quasi als Angebot. Schau mal, das könnte für dich interessant sein. Das orientiert sich natürlich an euren sonstigen Nutzungsgewohnheiten. Das gibt es bei Mastodon nicht. Bei Mastodon seht ihr nur das, was ihr auch wirklich ausgewählt habt, was ihr sehen wollt von den Personen, von den Gruppen, von den Instanzen, mit denen ihr verbunden sein wollt. Ihr könnt aber auch entscheiden, mit bestimmten Instanzen komplett keinen Kontakt haben zu wollen. Seit der Übernahme von Twitter durch Elon Musk entstehen andauernd täglich neue Instanzenknotenpunkte. Schon weit über 5700 sind es. In letzter Zeit explodiert die Zahl regelrecht. Und das ist natürlich gut, denn so wird das Netzwerk immer größer und stabiler. Auch Jan Böhmermann, der ZDF-Moderator, hat so eine Instanz gestartet und gegründet. Nun wahrscheinlich nicht er selber persönlich, sondern einer seiner fleißigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nehme ich zumindest mal an. Aber auch er macht da mit. So, was bedeutet das aber jetzt? Ihr müsst Vertrauen haben, wenn ihr euch bei so einer Instanz anmeldet. Ist ja klar, ihr müsst Vertrauen haben, denn eure Daten werden dort ja hinterlegt. Eure Anmeldedaten, das, was ihr macht, all das wird dort hinterlegt. Und ihr müsst auch Vertrauen haben, dass die Regeln, die da vorgegeben werden, vernünftig eingehalten werden. Das ist was ganz anderes als bei, ja, im Grunde genommen ist es nichts anderes. Auch bei anderen Social Networks muss man natürlich Vertrauen haben. Nur ist es natürlich bei Firmen, ja, auf der einen Seite einfacher, auf der anderen Seite schwieriger. Es ist schwieriger, seine eigenen Interessen durchzusetzen, weil die Firmen meistens zu groß sind. Auf der anderen Seite müssen sie natürlich transparent sein gegenüber Börsenaufsicht und so weiter. Und das ist bei kleineren Instanzen natürlich nicht der Fall. Da könnte der eine oder andere auf die Idee kommen, das zu machen, was er oder sie für richtig hält. Muss man schon ganz fairerweise sagen. Deswegen wählt die Instanz, die ihr benutzt, wirklich bitte mit Sorgfalt aus. Ihr müsst dazu auch Vertrauen haben. Ihr müsst euch wohlfühlen und ihr müsst Vertrauen haben. Denn mit denen habt ihr dann zu tun. Die verwalten euer Konto und die setzen auch die Regeln in ihrer Instanz durch und so weiter und so weiter. Ganz, ganz wichtige Sache und eine komplett andere, denke, als bei Twitter. Ich will jetzt gar nicht allzu sehr ins Detail gehen. Das sind so die wichtigsten Aspekte, die man berücksichtigen muss, wenn man sich bei Mastodon anmeldet. Und wenn man die einmal so verinnerlicht hat, dann geht es eigentlich. Dann hat man sich ja entschieden und dann hat man einen Anmeldepunkt. Dann hat man einen Namen und eine Adresse. Und dann war es das. Und dann kann man halt loslegen und ganz normal, was heißt ganz normal, dann kann man halt auch bei Mastodon mit anderen Menschen kommunizieren. Das ähnliche Prinzip mit Hashtags und so weiter. Nachrichten können bis zu 500 Zeichen lang sein. Wir erinnern uns, bei Twitter sind es nur 260. Also länger. Man kann natürlich Texte schreiben, Bilder anhängen, Videos anhängen. Der Unterschied zu Twitter ist, man kann bei jeder einzelnen Nachricht auch festlegen, wer sie sehen darf. Also ob sie alle sehen dürfen oder nur die einen folgen oder bestimmte Leute. Das kann man nicht für das Konto nur, sondern man kann es für jeden einzelnen Tröd, wie das ja bei Mastodon heißt. Tröd, Tüt, ein Tröd, kein Tweet, ein Tröd. Man kann es bei jedem Tröd festlegen, wer das sehen darf. Und das halte ich durchaus für einen Vorteil, weil manchmal will man vielleicht zwischendurch mal was sagen, was nur bestimmte Menschen lesen und sehen sollen. Und dann ist das bei Mastodon gar kein Problem. Also längere Nachrichten, auch Bilder und Videos, gar kein Thema. Audios. Und ihr könnt sagen, wer es sehen darf und sehen soll. Jetzt kommen wir zu einer wichtigen Frage. Wer sorgt denn für Ordnung? Wer setzt das durch? Das ist ja ein Thema, das bei Twitter nun alle umtreibt. Dass das Safety Department, das für die Durchsetzung der Regeln zuständig ist, deutlich verkleinert wurde, seit Elon Musk da am Ruder ist. Denn er hat ja ganz viele Leute rausgeworfen, die Belegschaft halbiert. Und das hat jetzt schon Einfluss auch auf die Qualität der Inhalte, weil Regeln nicht mehr durchgesetzt werden. Es gibt jetzt schon messbar, deutlich messbar mehr Hass, Hetze und auch Beleidigungen und Schimpfwörter als noch vor einigen Wochen. Weil es eben nicht mehr so viele Mitarbeiter gibt, die das durchsetzen können. Vielleicht sollen sie es auch nicht mehr durchsetzen. Man hat auch von Mitarbeitern gehört, die das Werkzeug gar nicht mehr benutzen können. Wie sieht das bei Mastodon aus? Da gibt es ja nun mal keine bezahlten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Regeln durchsetzen. Das macht wirklich jede Instanz für sich. Puh, das hat natürlich Vor- und Nachteile. Ist man in einer Instanz angemeldet, wo man die Leute vielleicht sogar kennt, wo man sich wohlfühlt, dann findet man wahrscheinlich auch die Regeln in Ordnung, was in einer anderen Instanz abläuft. Das bekommt man nur dann mit, wenn man auch dazu überhaupt Kontakt herstellt. Wenn man das nicht mitbekommen möchte, kann es einem letztlich auch wurscht sein, weil es nicht in die eigene Timeline gespült wird, wenn man keine Verbindung herstellt. Großer Vorteil. Aber die Aufgabe und die Pflichten, die Inhalte dann zu reinigen, zu säubern und die Regeln durchzusetzen, das ist noch nicht so richtig geklärt, würde ich mal sagen. Also prinzipiell ist es geklärt, aber ich könnte mir vorstellen, dass die eine oder andere Instanz ganz schön zu leiden hat, wenn die Nutzerzahlen zunehmen, dramatisch zunehmen. Es gibt schon einzelne Instanzen, die jetzt schon wieder zugemacht haben und gesagt haben, wir nehmen keine neuen Mitglieder auf, weil wir nämlich dann unseren Pflichten nicht nachkommen können, das alles auch wirklich zu überblicken und die Regeln durchzusetzen. Da wird es noch sicher einige Diskussionen geben, wie das in Zukunft genau passieren soll. Denn es macht einen Unterschied, ob nur zwei Millionen Menschen regelmäßig in so einem großen Netzwerk unterwegs sind und etwas posten oder ob es 50 Millionen oder 100 Millionen sind. Dann wächst natürlich auch der Aufwand, die Arbeit, die Last und auch, dass die Problematik dürfte zunehmen. Ich bin sicher, früher oder später werden wir auch linke und rechte radikale Gruppen haben auf Mastodon, die versuchen, genauso wie auf Twitter und woanders zu hetzen und Fake News zu verbreiten und so weiter. Und wenn dann die Betreiber, die meist privaten Betreiber von solchen Instanzen, keine Zeit dafür haben, dem nachzukommen und das alles aufzuräumen, kann ich das sogar verstehen. Das wird aber zu einem Problem bei Mastodon werden. Das muss man hier auch mal ansprechen. Natürlich entwickelt sich so ein System, gar keine Frage, aber früher oder später wird es da Schwierigkeiten geben. Solange nur Menschen bei Mastodon sind, die da sein wollen und sich benehmen können, ist alles natürlich wunderbar. Aber früher oder später wird sich das ganz sicher ändern. Wie denkt ihr jetzt über Mastodon? Das würde mich wirklich interessieren. Werdet ihr einsteigen? Wo werdet ihr einsteigen? Welche Erfahrungen habt ihr womöglich schon gemacht mit Mastodon? Gefällt es euch? Gefällt es euch nicht? Habt ihr euch wieder abgemeldet? Habt ihr Fragen? Bitte kommentiert das gerne. Ich bin wirklich sehr, sehr neugierig und interessiert, was ihr da zu sagen habt und welche Erfahrungen ihr gemacht habt. Weil es ist in der Tat, auch wenn es optisch sehr ähnlich aussieht wie Twitter, ein doch ganz anderes Konzept und System mit Vor- und mit Nachteilen. Ganz klar. Also es gibt nicht, also there is always a price tag on it, sagt der Brite und der Amerikaner. Man zahlt immer irgendeinen Preis. Für jeden Vorteil zahlt man einen Preis, hat man einen Nachteil. Das ist auch bei Mastodon so. Natürlich, wo seht ihr die Vorteile, wo seht ihr die Nachteile? Das würde mich interessieren. Schreibt das auf und wenn das interessant ist und sich weiterentwickelt, mache ich auch gerne noch ein weiteres Video zu Mastodon. Soll aber jetzt hier an dieser Stelle erstmal reichen, um sich zu orientieren. Danke euch fürs Zuschauen. Bleibt bitte neugierig und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.